Liebe Fußballfreunde, heute sehen Sie das Spiel in der Top-Spiel! Wolfsburg gegen Borussia Dortmund, die einen Champions League, die anderen nichts. Also das vorgezogene DFB-Booker-Finale, liebe Leute. Ist ja auch heiß, ne? Jo! Wenn man sich überlegt, ob die beide bald, äh... Was ist denn eigentlich mit dem Schürrle? Kann er nicht mehr spielen oder was? Stell den auf, hab keine Ahnung. Stell auf, stell auf! Wo ist denn der Ding? Ich mag den Ding so, den Virinia mag ich so, wo ist denn der? Also Reus ist wieder fit, den... Wo ist denn der Virinia? Da! Den nehm ich jetzt, der soll jetzt, in Zukunft ist der ja... Rechtsverteidiger, ne? Find ich so gut! Also ich kann hier die volle Parkelle, äh, Parkelle sag ich schon, die volle Palette wieder einwechseln. Ja? Ja, ja, Piszczek ist wieder da, Reus ist wieder da, alles wieder fit, ja. Ich bin mal Knoche, Knoche. Ich glaub, Blazikowski rechts ist noch nicht wieder da, lass ich mal Kampel drauf, aber... Dost hab ich vorne, das ist ja auch tödlich. Benden ist auch noch schlimmer. Aber da fehlt, dem fehlt einfach nochmal so ein klasse Stürmer. Ja, 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 deswegen, da sind sie ja auch dran. Oder ich geh zumindest noch stark davon aus, dass wir da dran sind. Aber das einfach macht ja keinen Sinn. So... Reuner? Ne, Arnold ist das. So... Ja, vorgezogene DFB-Pokalfinale. Ja. Ich bin mal gespannt. Weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von der Partie halten soll. Dortmund ist jetzt auch nicht taktisch so umfangreich aufgestellt. Weiß ich nicht, ob die jetzt da eine andere Taktik fahren, die sie dann vielleicht im Finale fahren wollen? Hm. Ja, dann ist eben die Frage, zeigen sie jetzt alles? Offenbaren sie jetzt wirklich alles, was sie haben? In der Hoffnung, sie werden noch Sechster und qualifizieren sich direkt für die Europa League? Oder... Verlassen sie sich komplett aufs DFB-Pokalfinale? Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Weil es da von einem Spieler pängt und die haben sie es in zwei Spielen noch in der Hand. Hm. Schwierig. Ganz, ganz schwierig, ey. Da ist er schon wieder. Der Perverse. Aus der Krabbelbox. Gleich mal ein Elber. Elber wieder, Elber. Ja. Ja, du weißt... Da war ja was. Ja, du mit deinem Elber, Alter. Ja, ja. Ich verstehe auch nicht, warum ich das nie hinkriege. Weiß ich auch nicht. Das war das einfachste der Welt, normalerweise. Normal schon, ja. Naja. Naja, jetzt geht das. Naja. Obermehring trifft er alles. Der trifft er alles, ja. Mit Augen zu. So. Also wie gesagt, ich würde... Also ich persönlich würde lieber einen sechsten Platz in der, äh... In der Liga mitnehmen. Und die direkte Qualifikation als irgendwie so ein Rumgeier nachher im Finale. Ja. Aber wie ist das, wenn du jetzt... Die sind ja sowieso qualifiziert, auch wenn sie im Finale verlieren oder nicht? Nee, dann... Ja, weil sie noch Champions League, äh... Nee. Schelzi, Wolfsburg. Na, die Regel gibt's ja nicht mehr. Achso. Also wenn Dortmund das Finale verlieren, müssen sie zwangsläufig 7. werden, um sich direkt für die Euroleague-Quali zu qualifizieren. Also selbst dann sind sie noch nicht mal direkt qualifiziert. Dann geht's in die Quali. Und da sind auch noch zwei Runden zu bestehen. Deswegen wäre mir die direkte Qualifikation auf Platz 6 dann doch noch lieber. Boah. Also hochlegen können. Ja, ja. War alles frei. Ja, kurzer Eck war auch blank, aber euch trifft ja nix. Wenn sie 7. sind... Wenn sie 7. sind, qualifizieren sie sich für die Euroleague-Quali. Als DAP-Pokalfinal-Verlierer. Aber sind sie ja momentan 7. oder nicht? Momentan sind sie 7. ja. Das würde aber nur... Ja, das würde aber... Also das würde in jedem Falle reichen. Ja. Als Sieger sowieso, dann sind sie direkt qualifiziert. Aber als Verlierer dann eben... Reicht's dann für die Quali. Hm. Und Gündogan habe ich jetzt gelesen... Äh... Ja gut, das Gerüchte... Stand ja auch schon länger das Gerücht. Hm. Oh. Uh. Die Bräune. Schön, ja. Du hast ja keine Anderen. Nee. Naja, stimmt. Wollt ihr noch warten, bis der Dost sich mal bemüht? Komm, ob der Dost rumläuft da hinten. Der... Der... Der stoppt dreimal. Oh, ist ja Dortmund. Oh, ich muss stoppen. Warte mal. Stopp, stopp. Bescheuert, Alter, die KI. Aber es ist immer gegen Dortmund so. Egal, was für Mannschaft du nimmst. Wenn du gegen Dortmund spielst... Es ist wie, wenn du gegen Barcelona spielst. Die spielen auf einmal wie aus der... Aus der Mottenkiste. Da stoppen die. Da sind keine Laufwege da. Da bewegt sich keiner. Das ist immer das Gleiche. Aber das wissen wir ja schon. Das haben wir ja häufig genug schon unter Beweis gestellt. Abseits. Jo. Ja, Wolfsburg fehlt in Stimme. Das ist momentan so der Hauptknackpunkt da in Wolfsburg. Und eben die alte... Die alte Verteidigung. Boah, schön. Rausgezögert eben noch. Das Rauskommen. Auch... Uiuiui. War gut mitgedacht, aber... Hm. Oh, schlecht. Ja, aber da war schon mehr drin hier. Hätte schon locker 4 eins hier stehen können. So, dann gehe ich mit der Zebras jagen jetzt. Oh, ist vorbeigelaufen. Naja, geht da noch 2-1 in Ordnung her. Ja, ja, noch im Rahmen, das Ganze. Hm. Oh, kam die durch. Oh, blöd, der Pass. Ist egal. Guck mal, habt ihr gesehen, wie ihr den noch kriegt? Die werden ja nicht nur in der gelaufen. Ja, ja. Hammerhart, ey. Hammerhart, ey. Ja, alles in Ordnung. Oh, 2-1. Das ist wie der Dost. Ja, das ist wieder zu dann. Wenn der Stürmer da schon steht. Stellungsspiel, der Dost. Ist egal. Ja, klar. Hauptsache aufhalten da. Das reinmarschieren. Ansonsten sitzt du noch bitte. Ah, da ist ja keiner. Ah, scheiße. Boah. Zu weit, Bräune. Mach die Augen auf, wo du hinläufst. Oh. Unnötig. Oh, jetzt ist Platz. Jetzt ist Platz. Jo. Ost, zur Eckpfahne. Jawoll. Robin, because he is great at diving. Schön. Geht noch mal was hier. So. Jetzt wollen wir ein bisschen mehr riskieren hier. Okay. 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 noch nie im spiel gedreht what the fuck alter vor allem nicht so 1 ja weil das alles durch war ja eigentlich alles durch ja klar ist so gar nicht und schön der pass aber schöner pass hat gepasst ja kam er hat ja 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 so total angriff jetzt los alter Gibt's jetzt? Hashtag gelb. Hashtag gelb. Was? Nochmal. Kriegst du die Scheiße auch nicht raus da hinten. Mann! Oh. 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 Juhu. Boah, was ist denn jetzt mit dem Passspiel los hier? Ja! Oh. Du Scheißlacker, Alter. Dafür kann ich doch nichts. Ja, ist ja in Ordnung. Ja. Gibt's nicht. Zu früh. Zu früh. Ja. Ja. Mann. Ja. Oh. 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 Nice. Nice. Da fehlt mir einer. Jetzt ist alles offen. Alles offen, Alter. Alles offen. Ja, scheiße. Oh. Keine Angst hat er denn auf dem Torwart-Semmel, ey. Ja, ja. Ich wollte jetzt noch rauskommen kurz vorher. Aber dann eine kurze Ecke, ja. Ist gut gemacht. Gut gemacht. So, immer weitermachen, immer weitermachen. Immer, immer nicht, nicht aufhören, nicht aufstecken. Boah, der haut da den Kopf noch dran, Alter. Okay, nervös. Werden Sie nervös? Ach, komm. Nur ein Lacker. Oh, lieber Herr Gedanke zu allen. Hier. Boah, da war auch genau gepasst, die Kacke, ey. Na ja, was war, was war das? Was war, was war das? Y-Z-D-R-N-Drücken. Irgendeiner kommt ran. Da war doch nichts geplant. Da war nichts geplant. da war nur noch im sie dann nach vorne mir scheißegal so jetzt volle defensive und keiner ran war nur an alle nerven gekostet hier komplette spiel gedreht noch mal gedreht ja 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 mein tipp ist 41 wolfsburg 21 wolfsburg sag ich glaube auch dass was gewinnt wunderbar sehr geil